Dakshina, Pada, Pana, Gamana, Sana, wörtlich die Stellung des rechten Fußes, um Apana in Bewegung zu setzen oder in Gang zu bringen. Dakshina heißt rechts, Pada heißt Fuß, Apana ist eine der fünf Pranas und dieses Prana will man Gamana, also in Bewegung setzen. Garota in seiner Enzyklopädie of Traditional Asanas beschreibt es so, während du sitzt, falte das rechte Bein und bringe den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel und bringe die Ferse so, dass sie den Nabel berührt. Dann bringe den linken Fuß unterhalb des rechten Beines, bringe die Hände übereinander auf dem Level des Nabels. Diese Stellung gehört zu den Sitzhaltungen. Apana ist ja die nach unten gehende Energie, die Energie der Verdauung, der Sexualität und der Menstruation, auch der Geburt. Und indem wir diese Stellung so üben, drückt die Ferse gegen die unteren Verdauungsorgane und zieht das Prana nach hinten. Es wird in Gamana in Bewegung gesetzt. Und wenn du so eine Weile verharrst, das kann zum einen gut sein gegen Probleme der unteren Verdauungsorgane, gilt auch klassischerweise als gut gegen Menstruationsbeschwerden und hilft auch, neue Energie zu bekommen. Mehr Informationen zu dieser und anderer Sitzhaltungen auf wiki.yoga-vidya.de Vielen Dank. Vielen Dank.